Musik Liebe Fluggäste, wir heißen Sie herzlich willkommen an Bord und wünschen Ihnen einen guten Flug. Wir wünschen Sie auf Bord und wünschen Sie einen schönen Flug. Meine Damen und Herren, liebe Fluggäste, wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit. Wir werden Sie jetzt mit den Sicherheitsvorkehrungen vertraut machen. Wir zeigen Ihnen nun die Handhabung der Anschnallgurte. Führen Sie beide Gurtteile zusammen und ziehen Sie diese fest. Zum Öffnen des Sicherheitsgurtes brauchen Sie nur den Verschluss wieder anzuheben. Zum Start stellen Sie die Rückenlehnen Ihres Sitzes bitte senkrecht und klappen Sie die Tische zurück. Falls Sie an Bord ein eigenes elektronisches Gerät benutzen möchten, schalten Sie dieses bitte zu Start und Landung aus. Mobiltelefone dürfen generell nicht benutzt werden, da diese Geräte die Elektronik des Flugzeuges beeinflussen können. Dies ist ein Nichtraucherflug. Das Rauchen ist während des Aufenthalts an Bord im gesamten Flugzeug nicht gestattet. Unser Flugzeug hat acht Notausgänge. Sie sind mit dem Wort Exit gekennzeichnet. Leuchtstreifen im Boden markieren den Weg dorthin. Im Notfall verlassen Sie am Boden das Flugzeug über Notrutschen, die sich automatisch aufblasen. Bitte stellen Sie kein Handgepäck vor die Notausgänge. Wichtige Informationen für Notfälle entnehmen Sie bitte diesen Sicherheitsinstruktionen. Sie befinden sich in den Sitztaschen vor Ihnen. Sie informieren Sie auch über die Unterbringung und Handhabung der Schwimmwesten und Sauerstoffmasken. Bei einem eventuellen Druckverlust fallen automatisch Sauerstoffmasken aus dem Deckenfach über Ihrem Sitz. Ziehen Sie eine der Masken zu sich heran und drücken Sie die Öffnung fest auf Mund und Nase. Danach helfen Sie Kindern und hilfsbedürftigen Personen, die neben Ihnen sitzen. Die Schwimmwesten befinden sich unter Ihrem Sitz. In der Comfort Class befindet sich Ihre Schwimmweste in dem Fach unten zwischen den beiden Sitzen. Zum Öffnen dieses Faches ziehen Sie an dem roten Band und entnehmen Sie Ihre Schwimmweste. Ziehen Sie die Schwimmweste über Ihren Kopf. Haken Sie den Gurt ein und ziehen Sie den Gurt straff. Unmittelbar bevor Sie das Flugzeug durch die Notausgänge verlassen, ziehen Sie an den roten Griffen, um die Weste aufzublasen. Falls erforderlich, benutzen Sie hierzu die Mundschläuche. Im Falle einer Notwasserung werden die Rutschen an den Notausgängen als Flosse benutzt. Wenn Sie das Flugzeug durch ein Notfenster verlassen, blasen Sie die Weste erst außerhalb auf. Meine Damen und Herren, bitte überprüfen Sie nochmals, ob alle elektronischen Geräte ausgeschaltet sind. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug mit Condor. Ladies and Gentlemen, may we have your attention, please. We will now acquaint you with the safety procedures. We will now demonstrate how to use the seatbelt. Fasten the seatbelt as being shown and pull the strap tight. To unfasten the belt, simply lift up the buckle. For take-off, please return the backrest of your seat to an upright position and fold up the tables. All electronic devices have to be switched off for take-off and landing. The use of mobile phones is not permitted at any time, as they could interfere with the aircraft's electronic systems. This is a non-smoking flight, and smoking is not permitted at any time whilst on board. Our aircraft has eight emergency exits. These are marked with the word exit. The floor lighting system directs you to these exits. In case of an emergency, you will leave the aircraft by slide rafts, which will automatically inflate. Don't place any cabin baggage in front of emergency exits. Important information for emergencies can be found in these safety instruction cards, located in the seat pocket in front of you. They also explain the location and use of the life vests and oxygen masks. If there is a loss of cabin pressure, oxygen masks drop down from the compartment above your seat. Pull one of the masks towards you and place it over mouth and nose. Then assist children and incapacitated people sitting next to you. Your life jacket is located in the compartment under your seat. In comfort class, life jackets are in the compartment between seats. Pull on the red cord to open the compartment and extract the life jacket. Pull the life jacket over your head. Attach the strap to the hook in front and pull it tight. Just before leaving the aircraft, pull the red tabs to inflate the jacket. If necessary, you can use the rubber tubes. In the event of an emergency ditching, the slides at the doors will be used as rafts. If you leave the aircraft through an emergency window, inflate your jacket outside the aircraft. Ladies and gentlemen, please make sure once again that all electronic devices are switched off. Thank you for your attention. We wish you a pleasant flight with Condor. To be safe, let's continue with Condor. Vielen Dank.